Hallihallöchen und herzlich willkommen bei meinem Sabaton. Spendet mir ganz viel Geld und... Ach ne, warte mal, ich bin ja nicht MikiTV. Ah ne, herzlich willkommen, Seat am Start. Was geht ab? KuchenTV hat ein Video wieder über MikiTV gemacht und anscheinend ist es eine Zerstörung von ihm. Das heißt, er ist mal wieder der Kanalzerstörer. Ich finde aktuell gerade, was MikiTV angeht, jetzt schon etwas verwerflich, aber es ist nicht in dem Rahmen da so großen Ferzen machen aktuell. Zumindest aus der jetzigen Sicht. Ich kenne ja nur sein Statement von, ja, ich höre jetzt auf, ich mache noch eine letzte Aktion, Sabaton etc. Dann habe ich auf Twitter mitbekommen, dass er anscheinend irgendwie ein... Ne, war das die News? Ich glaube, es war die News, wo er dann jetzt im Grunde gesagt hat, ja, er stimmt aber weiter, aber nicht mehr kommerziell, wo dann halt die Aussage aus seinem Ursprungsvideo halt irgendwie verworfen ist, weil er sagt, er streamt nicht mehr, dann streamt er jetzt doch, aber nicht mehr halt. Also sehr seltsam auf jeden Fall. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es hier nochmal ein Video dazu gibt in diesem Rahmen. Also dürfen wir jetzt auf jeden Fall gespannt sein. Aber ihr wisst, wie es losgeht, wie immer. KuchenTV Die Zerstörung von MikiTV Ah, schön. Alles für TV. SekiTV. Übrigens unten in der Beschreibung, wie immer, das Original. Und dann abonniert natürlich euren anderen TV. Nun, Seki. Freunde der Statements. Ich habe gesehen, dass die MikiTV-Videos besser laufen als die über Shuyoka, also habe ich folgendes beschlossen. Ah, jetzt haben wir die Begründung dafür. Jetzt verstehe ich es. Macht mir keinen Spaß mehr, mit dir zu spielen. Momentan steht ja MikiTV sehr hart in der Kritik. Allerdings nicht dafür, dass er Serien geklaut hat, sondern weil er mit dem Streaming aufhört. Aber nochmal, ein letztes Projekt für die Zuschauer bringt. Und zwar einen Sabaton. Ein letztes Projekt. Einen Sabaton geben. Und dieser Sabaton. Also erstmal, was ist ein Sabaton? Die Laufzeit des Streams quasi bestimmt der Support, der von euch reinkommt. Das Ganze hat natürlich für sehr viel Kritik gesorgt. Denn gerade sowas als letztes Projekt zu machen, ist extrem emotionaler Druck für die Zuschauer, der da aufgebaut wird. Denn ein jahrelanger MikiTV-Zuschauer möchte natürlich nicht, dass der Stream endet. Was ich nicht verstehen kann, weil ich denke, wir sind sonst ziemlich glücklich darüber, dass das passiert. Nachdem das Feedback auf dieses... Also ich verstehe zumindest, dass natürlich hier an der Emotionalität nicht gespart wurde mit diesem Video. Dass man auch am Ende eine Aktion machen möchte, verstehe ich auch absolut. Das mit Sabaton. Ich finde, das ist zumindest eine Kritik, die man auf jeden Fall äußern kann, darf, soll, muss. Je nachdem, wie es für einen wichtig ist. Ich finde, man konnte... Also ich selber finde, ja, man könnte auf jeden Fall kritisieren. Schlussendlich aber daraus einen Fass aufzumachen, extrem so, wie es jetzt abgeht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Würde jemand die Aktion selber nachmachen? Ich weiß nicht. Ich fände es auf jeden Fall auch selber ein bisschen etwas verwerflich. Ich meine, vor allem, warum hört man auf? Das heißt, man hat ja im Grunde, so wie ich das verstanden habe, MikiTV ist ja ein Vollzeit-Streamer. Das heißt, er konnte davon leben oder kann davon leben. Und schlussendlich, wenn er aufhört, heißt es, er hat genügend Geld, aber er ist seelisch dann wahrscheinlich einfach nicht mehr tipptopp. So würde ich das jetzt auch so annehmen. Und so war ja auch sein Statement aus seinem Video, so wie ich es verstanden habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das Video ist noch ein bisschen, ist nicht mehr so im Gedächtnis. Schlussendlich heißt es, warum ein Sabaton, wenn man so oder so Geld genug hat, aber emotional oder seelisch jetzt nicht mehr packt, weil man müde ist und fertig ist vom Streamen? Wie gesagt, die nächste Frage ist auch, warum streamt er weiter, wenn er damit absolut fertig ist? Das ist schon noch die nächste Frage. Also daher, Sabaton könnte ich vielleicht sogar noch verstehen von den Leuten, wo zu sagen, hey, ich höre jetzt auf, ich habe nie damit richtig viel verdient, aber ich möchte jetzt nochmal zum Ende nochmal einen kleinen Abschluss haben. Einfach nur zu sagen, hey, ich kann es verstehen bis zu einem gewissen Rahmen, wenn man davon nicht finanziell gelebt hat. Und wenn man aber so viel verdient hat, damit man davon locker leben konnte in einem Ausmaß, von der einen Richtung her würde ich sagen, gutes Ausmaß, dann finde ich das schon etwas verwerflicher. Das Video eher so meh gewesen ist, hat er nochmal ein Statement dazu hochgeladen. Das Feedback war allerdings auch eher so meh, weswegen er dann in einem Stream nochmal darüber gesprochen hat. Und das Ganze hat nicht dafür gesorgt, dass es besser wurde, sondern eigentlich hat er alles eher schlimmer gemacht. Er sieht viele Dinge nicht ein, checkt die meisten Sachen gar nicht und versucht sich richtig schlecht rauszureden. Fangen wir einfach mal an. Ich bin einer der wenigen Content Creator in ganz Deutschland, die keinen Cent bekommen, ich wiederhole, die keinen Cent damit verdienen, wenn sie streamen auf diesem Kanal. Okay, ich will ja nichts sagen. Die meisten, also auch wenn man es nicht glaubt, aber viele haben gar keine kommerziellen, also nutzen es nicht mehr kommerziell. Manche streamen einfach nur just for fun, wenn er wahrscheinlich eher meint sowas wie einer der Größeren, die dann nicht mehr kommerziell streamen. Aber er hat ja zwei Kanäle und somit, also einmal einen nicht kommerziellen und einmal einen kommerziellen Kanal. Das heißt, irrelevant, wenn du trotzdem streamst, wo du auch noch Geld verdienst, ist dieser Punkt irgendwie nicht, ich finde ich persönlich. Es sind in 2023 knapp 300 Stunden streamen. Will er jetzt Lob dafür, dass er auch auf einem Kanal streamt, womit er kein Geld bekommt, also so wie Skrulls und Excel das machen? Das macht den Sabaton. Ich wusste nicht mal, dass sie noch einen unkommerziellen Kanal haben. Und dieses erste manipulative Video, ja überhaupt nicht besser, also ich verstehe seinen Punkt da ehrlicherweise nicht. Die Verteidigung ist halt wirklich so billig, wahrscheinlich hat er sich folgendes erhofft. Ja klar, habe ich euch damit extrem unter Druck gesetzt, aber ich habe auch einen Kanal, wo ich ohne Geld streame. Ja, geiler Typ, super, mega, wow, sympathisch. Vor allem heißt es jetzt auch plötzlich, dass er gar nicht aufhört zu streamen. Viele haben daraufhin gefragt, hä, streamt er jetzt doch? Und, und, und. Das, was ich machen wollte, Chat, war, den Leuten, die sich unter Druck gesetzt fühlen und sagen, oh, Micky, bitte geh nicht, hier hast du nochmal 5 Euro, dass ich da auch sage, hey, ich lasse mich ab und zu blicken, ich tauche ab und zu auf und streame für die Leute, die es sowieso sehen wollen. Ach so, ja. Skrulls und Excel sind keine Partner von Twitch. Und auch kein Affiliate. Oder wie? Aber im Grunde, wie gesagt, ähm, ich wusste es einfach nicht, dass die da jetzt keine Subs und keine Bits bekommen und sowas. Ähm, bezüglich dem Streamen, dass man danach auch kein Affiliate. Okay, das wusste ich echt nicht, krass. Ist doch schön. Wobei, ich, bei Mascarose ist ja auch auf Kick, ne? Bei Excel weiß ich es natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber es macht halt keinen Sinn. Hier, ich blicke, lasse mich nochmal ab und zu mal blicken im Stream, aber bei dem Non-Profit-Kanal. Sagt aber doch im ursprünglichen Video, ich streame nicht mehr. Und das ist ja ein Gegensatz. Es gibt entweder streamen oder nicht streamen. Es gibt kein Abyssens-Stream, weil Abyssens-Stream ist immer noch streamen. Wie oft sage ich das Wort streamen? Könnt ihr mal erzählen, wie oft ich streamen gesagt habe, damit wir wirklich streamtechnisch alles gestreamt haben und so oft streamen, dass wir... Wow, vergiss es. Ich, hör auf. Ja, aber Squirrel streamt auch auf Twitch und ich glaube, Excel ist mal rausgeflogen aus dem Programm. Ah. Ja gut, Squirrel streamt ja, glaube ich, Multi, so wie ich es verstanden habe. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kann das sein. Muss aber nicht. Jetzt plötzlich will er sich also hin und wieder noch blicken lassen. Dann verstehe ich nicht, warum er im ersten Video das hier gesagt hat. Als allererstes ist dieses Thema, ich höre auf mit dem Stream, beziehungsweise wird es mein letzter Stream irgendwann geben. Ist das in April, Schatz, nein. Also ich höre wirklich auf mit dem Streaming. Da hat er doch ganz deutlich gesagt, dass er aufhören wird. Logischerweise sind die Leute jetzt sehr verwirrt. Hört er auf? Hört er nicht auf? Wie geht es weiter? Die Kritik hat er sich natürlich angeguckt und sagt dazu folgendes. Und das ist zum Beispiel auch, guck mal, der Kommentar hat 454 Likes, Chat. Und ich sage euch. Also mich nervt hier oben diese Anzeige, die blinkt, die, ach ja, das blinkt permanent. Der wird niemals mir folgen können, auch was den Content angeht. Also der wird mich niemals verstehen, der wird auch niemals in irgendeiner Weise meinen Content verstehen. So. Hä? Nichtsdestotrotz. Also 12-Jährige, ich kann sagen, ich weiß nicht, wie alt sie sind, aber es sind wirklich auch viele Kommentare, wo einfach steht, macht alles kein Sinn, Sinn, checke gar nichts mehr. Hä? Das macht keinen Sinn, weil du meintest, du willst nicht weiter streamen und trotzdem machst du dann auf einen anderen Kanal weiter. Du sagst, du sagst in dem Video, du wirst nicht mehr 200 Stunden im Monat streamen, sondern vielleicht ganz selten irgendwie online kommen. Ja, aber dann streamst du doch. Bruder, das ist, ich finde das so krass. Also, nochmal, entweder du streamst oder du nicht, oder streamst nicht. Es gibt nur diese zwei Seiten. Eins, äh, eins oder null. Es gibt kein 0,5, weil dann rundest du ja trotzdem auf. Na gut, 0,1 im alten System würdest du noch auch bei 0,1 aufrunden. Wäre in dem Fall ja auch sogar richtig. Sobald du wieder, auch wenn es unregelmäßig, streamst, ist es doch eben noch ein Stream. Es ist logisch, wenn man dann sagt, hä, es macht keinen Sinn. Und dass MickyTV das nicht versteht, zeigt einiges. Also, das ist doch eine einfache Logik. Really, komm schon, also tatsächlich. So schwer ist das nicht. Ja, ich weiß nicht, wie alt der ist, bestimmt zwölf oder so. Natürlich verstehen die Leute das nicht. Du sagst erst deutlich, ich höre auf mit dem Stream. Und jetzt heißt es, ja, also, ich werde mich noch hin und wieder blicken lassen. Ist ja klar. Außerdem hast du ja auch nicht... Man könnte es ja verstehen, dass er sagt, ich bin ja ab und zu mal noch auf Instagram. Und er sagt, hey, mir geht's gut oder ich lebe noch oder sowas in der Art. Aber, das mit Streaming macht halt null Sinn. Es macht halt 0,0 Sinn. Dann sagt man, okay, sorry. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Und ich meinte, ich werde nicht mehr auf dem Hauptkanal streamen. Ich werde auch keine Einnahmen generieren oder davon leben. Sondern ich werde diese Gesamtzeit komplett reduzieren auf einen zufälligen Bereich. Und sagt auf jeden Fall, Entschuldigung, ich habe mich da falsch ausgedrückt. Dann sagt man wenigstens offen und ehrlich, hey, ich habe was falsch gemacht. Also, so schwer ist das wirklich nicht. Tatsächlich. Und es ist eine einfache Logik. Also, einfacher geht es ja fast gar nicht mehr. Ei, ei, ei. Nicht gesagt, naja, ich stream ja keine 200 Stunden mehr. Sondern du hast das hier gesagt. Ich höre auf mit dem Streamen, beziehungsweise wird es mein letzter Stream irgendwann geben. Ist das in April, Schatz, nein. Also, ich höre wirklich auf mit dem Streaming. Das ist was komplett anderes. Aber auch dafür hat er natürlich eine Ausrede parat. Ja, auf YouTube hat er vergessen zu sagen, dass er hin und wieder streamt. Und im Stream hat er aber unter anderem zu Solution gesagt, dass er sich hin und wieder gerne mal blinken lässt. Das stimmt auch. Also, jetzt mal... Das hatten wir... Oh, die Thematik. Das erinnert mich jetzt gerade echt. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich es nicht immer erwähnen möchte. Shoyoka. Genau das Gleiche. Hatten wir auch schon. Ja, das hast du nie gesagt. Ja, doch, in diesem Stream habe ich das gesagt. Ja, toll. Ich bin ja auch so ein Riesen-Fan und ich bin ungefähr bei deinen 250.000 Stunden, Streaming-Zeiten immer dabei und weiß ganz genau, was du gesagt hast. Nein. Das weiß man halt einfach nicht. Weil man halt arbeitet. Weil man vielleicht auch schlafen ist. Weil man vielleicht auch andere Hobbys hat. Und nicht permanent bei deinem vielleicht trotzdem Lieblingstreamer dabei sein kann. Das ist ganz legitim, dass du nicht überall dabei sein kannst. Meine Fresse. Also, ganz ehrlich. Wer wirklich denkt, dass ein treuer, loyaler, toller Fan 100% immer bei deinem Stream dabei ist. Sorry, aber falsches Weltbild. Das ist unrealistisch. Also, außer er hat wirklich nichts zu scheißen. Hat zu viel Geld und braucht nicht arbeiten gehen. Und er hat wirklich immer permanent Zeit für dich. Aber dieser Fall ist so gut wie nicht möglich. Also, tatsächlich nicht möglich. Weil, wenn du zu viel Geld hast, wirst du wahrscheinlich mehr unterwegs als sonst was. Oder machst du was anderes. Aber, wie gesagt, das ist einfach absolut unrealistisch. Der Durchschnittszuschauer wird, keine Ahnung, gut, ich kann jetzt keine Zahlen treffen, aber 50%. Mach mir 50%. Und dann bin ich immer noch realistischer als deine 100%. Tatsächlich. Wirklich. Er hat doch vorher schon in irgendeinem Random Stream gesagt, dass er sich hin und wieder blicken lässt. Also, wenn Leute nicht jeden Stream von MikiTV verfolgen, sondern sich das immer verfügbare YouTube-Video angucken. Ja, also, da kann MikiTV ja nichts für. Vor allem sagt er auch das hier in seinem Statement. Ich habe mich ab und zu auf diesem Non-Profit-Kanal blicken lassen, was ich aktiv schon tue. Was ich auch nicht von irgendwie anderen Streamern oder anderen Leuten gehört habe. Ich streame doch schon, ohne Geld zu verdienen. Aktiv. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das nicht so durchkam. Ja, also. Das hat Miki auch nicht erwähnt. Und er hat gesagt, er hört auf mit Streamen. Das heißt ja nicht, man könnte höchstens dann trennen. Er hört auf mit kommerziellen Streamen. Das wäre dann die richtige Wortwahl gewesen. Er hört auf mit kommerziellem Streaming. Und mit festen Zeiten. Oder mit einer Stundenanzahl. Oder sowas. Wenn er das präzisiert hätte, wäre es wahrscheinlich nie ein Problem gewesen. Aber nein. Ja, jetzt. Richtig. Er kann keine Fehler zugeben. Ja. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Ist schon schade eigentlich. Weil es wäre jetzt nicht so schwer gewesen. Aber ich weiß noch. Im Grunde zum ersten Mal von Miki habe ich gehört, wo er bezüglich hier Clickdeal-Angebot. Das war ja eher. Ich weiß zwar nicht mehr genau die Details, aber da habe ich zum ersten Mal von ihm gehört. Gut, danach habe ich auch wieder nichts von ihm gehört. Und jetzt kommt halt wieder sowas. Es ist schwierig, gegenüber Menschen keine Vorurteile zu haben, wenn du halt permanent irgendwelche negative News bekommst und denkst du, what the hell? Oder zumindest solche sehr, sehr Geld- und Reichweitenbezogene Informationen. Ja, da musste er zugeben, dass er das Angebot gar nicht in der Art hatte, sondern hochgerechnet hat. Das war genau das mit dem Hochrechnen. Ja, würde ich jetzt so lange und so. Tatsächlich nicht. Ich habe auch eine Million, aber erst zu meiner Rente. So eine Art. Also, ich finde es auch sehr schade, dass das nicht durchkam. Also klar, er hat es halt überhaupt nicht erwähnt, obwohl das eine super wichtige Information gewesen wäre. Aber ich sehe den Fehler bei mir. Ich hätte ja einfach seine Gedanken lesen können. Oder er hatte das gar nicht vor und sagt das jetzt halt extra, weil er diesen Hate bekommen hat. Kann man nicht. Ich bin auch Millionärin, wenn ich 100 bin. Ich hoffe nicht, erst wenn du 100 bist. Tatsächlich. Wobei, wenn man jetzt überlegt, durchschnittlich von 18 bis 67, machen wir einfach 68 zum leichteren Rechnen, sind wir 50 Jahre. Wenn du pro Jahr 50.000 verdienst. 50 mal 50. Kannst du selber ausrechnen, wie viel das ist. Eindeutig Millionär. Nicht wissen. Aber auch in anderen Punkten widerspricht er sich mit seinen neuen Statements. Denn am Anfang hat er eigentlich das hier gesagt. Der Begriff ausgebrannt richtig gewählt ist. Oder müde? 330 Stunden gestreamt. Das sind im Schnitt im Januar pro Tag 11 Stunden. Da war nicht viel anderes in meinem Leben. Der eine Grund ist, dass ich für nichts anderes in meinem Leben Zeit habe, außer für das Stringen. Unglaublich viele Bereiche in meinem Leben kommen zu kurz. Was ich ändern möchte, sei es der Sportliche, sei es der Soziale, sei es die Entwicklung von mir persönlich. Also, bezüglich so langen Streaming-Zeiten. Respekt an die Leute, die das wirklich durchziehen. Ich könnte es zum Beispiel nicht. Also für mich wäre das gar keine mögliche. Also ich würde jederzeit sagen, nö. Darauf habe ich gar keine Böcke. Wenn man halt damit Geld verdient, wäre das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich würde auch keine 11 Stunden. Also ich würde vielleicht einen Arbeitstag machen. So 8 Stunden am Tag. Höchstens. Ich muss sagen, höchstens. Weil ich finde, der Zukunftsseki, der sollte schon eher auf YouTube sein. Auch wenn er da sehr prokrastinierend ist, immer noch. 11 Stunden am Tag. Wow. Ganz ehrlich, finde ich zu viel. Finde ich wirklich tatsächlich zu viel. Klar, im Grunde, wenn du deinen Alltag so oder so gerade da rein verbringst und bist am Zocken, kannst du auch einen Streamer machen. Aber ich finde halt gemütlich auf dem Sofa alleine zocken oder im Stream von, keine Ahnung wie viele der Zuschauer hat, von Hunderten, ist es schon etwas anderes. Ich meine, auch schon allein, wenn du etwas denkst, dann tust du dir diesen Gedanken aussprechen, wenn du Zuschauer hast. Wenn du daheim bist, alleine, vor der Place, die hockst und irgendwas zockst, dann behältst du die Gedanken meist für dich selber aus. Sonst sagst du so, scheiße, da habe ich schon wieder verloren. Diesen Spruch hört man vielleicht öfters noch in Dark Souls. Aber ansonsten, so insgesamt hörst du halt, redet man halt alleine seltener, als wenn du vorm Stream hockst. Und deine Gedanken bleiben meist für sich, statt ausgesprochen. Sei froh, dass ich nicht alles ausspreche, was ich denke. Gebrannt, will mehr Zeit für seine Familie, für sich selber und ein besserer Mensch werden, sagt jetzt aber in neuem Statement das hier. Einfach zum Beispiel bis Ende des Jahres komplett durchstreamen. Wir werden komplett durchstreamen. Und ich werde das quasi für euch machen. Okay, du willst also mehr Zeit haben, weil du komplett ausgebrannt bist, machst aber einen Stream bis zum Ende des Jahres, was am Anfang dann wahrscheinlich so sechs, sieben Monate sein werden, wo du 24-7 online bist. Hat er wirklich 24-7 gesagt? Ich habe jetzt so verstanden, dass er zumindest weiter ganz normal streamt. Aber das macht wirklich aber auch wenig Sinn, wenn du wirklich k.o. bist, wenn du ausgebrannt bist, dass du dann trotzdem weiter nur so normal streamst. Im Grunde sollte man sagen, hey, ich bin jetzt erst mal fertig. Man hätte auch sagen können, ich mache jetzt eine große Pause. Ich schalte ein halbes Jahr ab. Ich mache das, was ich machen möchte. Ich tue, was ich tun möchte. Ja, ich weiß genau das Gleiche. Ich gehe auf Reisen. Ich mache, äh, es ist, ich hätte an seiner Stelle lieber gesagt, so, jo, ich mache jetzt noch eine kleine geile Aktion. Ein kleines Sabaton. Hier grenzt du von, keine Ahnung, eine Woche. Easy peasy. Und dann gehe ich ein halbes Jahr in Urlaub. Äh, mache mein Zeug. Ich erledige das. Vielleicht komme ich dann auch erst nach 8 Monaten zurück. Vielleicht aber auch nach genau 6 Monaten. Jeder, je nachdem. Und dann ist er wieder am Start. Aber mit neuer Energie, mit neuer Kraft. Und vielleicht mit einem neuen Muster, wie er streamt. Er könnte ja zum Beispiel sagen, ich reduziere die Streamingzeit 8 Stunden pro Tag. Und ich mache keine 7 Tage die Woche, sondern einfach nur 3 Tage die Woche. Keine Ahnung, Montag, Mittwoch, Freitag. Oder Streamingzeiten sind natürlich eher abends. Und am Wochenende heißt es vielleicht auch, da macht er eher Wochenende. Lieber Freitag, Samstag, Sonntag komplett durch und hat dann wieder 4 Tage frei. Es gibt Möglichkeiten, es gibt tatsächliche Möglichkeiten, das besser auszudrücken als Serboton, ich höre auf zu streamen, weil ich kaputt bin. Was schon allein sehr eine Kontroverse war, ja. Aber jetzt mit diesen neuen Aussagen trifft es halt, ist ganz, ganz falsch. Dann hätte ich gesagt, hey, spult alles zurück, alles vergessen. Nochmal hier ein neues Statement. Sorry Leute, falsch ausgedrückt. War scheiße von mir. Hier nochmal das, das und das und Ende. Micky könnte es einfach machen, aber ich glaube, es wird nicht einfach. Das weiß ich ziemlich immer ehrlich zu sagen. Oh ja, Amina. Oh ja, ganz, ganz toll. Amina aus X. Aus Twitter. Die, der, Amina. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Außer, wenn du halt nochmal richtig abcashen möchtest. Mein Gott. Ohne Scheiß. Ich konnte einen Namen wieder in Gedächtnis rufen. Heilige Scheiße. Dafür brauche ich jetzt drei X im Kalender. Ich kann mir keinen Namen merken, deswegen wundert es mich gerade. Servus. Und mit, das mache ich natürlich nur für euch. Meint er natürlich das hier. Ich mache das Ganze nur für euch, weil ihr mir einfach so wichtig seid. Ihr seid das Wichtigste in meinem Leben. Und lasst mal einen Prime Sub da, Alter. Ich muss hier mit zwei 50 Euro Scheinen drehen, weil ich nicht mehr Geld habe. Oh, immer dieser arme Tim. Immer dieser arme Tim. Ganz ehrlich, auch. Vielleicht bin ich da wieder ein bisschen optimistisch. Ich kann mir trotzdem nicht unbedingt vorstellen, dass das Geld so stark im Fokus ist, dass man sagt, Jau, jetzt hier Sabaton, ich will nur Kohle, Kohle, alles andere ist mir scheißegal. Ich bin halt ein Optimist. Ich denke trotzdem nicht, dass der Mensch böse ist von Natur aus und sagt, hey, ich scheiße auf meine Zuschauer. Ich will lieber nur das Geld haben. Deswegen liest man öfters mal den Namen auf Twitter. Ja, ganz selten liest man Armin auf Twitter. Ganz, ganz, ganz selten. Das ist so, ich erwische mich immer öfters, dass ich X sage statt, oder X statt Twitter. Muss man die Person kennen? Hier ist natürlich auch den einzig positiven Kommentar, den er bei YouTube bekommen hat, oben anzupinnen, der auch nochmal extra erwähnt hat, dass er Support da lässt und das Ganze im Stream dann auch noch zweimal zu erwähnen. Ich frage mich, ob ihr denkt, dass ein langjähriger Miki-TV-Zuschauer so labil ist und ihm seinen letzten Euro gibt. Abschließend kann ich nur sagen, dass ich natürlich beim Sabaton auch was dalassen werde, jedoch nur im Rahmen meiner Möglichkeiten. Fand ich auch sehr, sehr stark. Danke. Also hier sagt er nochmal, also der Zuschauer, rechtfertigt sich in dem YouTube-Kommentar, dass er sehr gerne supportet und auch sehr gerne einen Smiley hat. Habt ihr gelesen? Er will so sehr gerne. So, ich muss jetzt selber mal den Kommentar lesen. Hier mal eine kleine Zusammenfassung für alle, die Miki-TV nicht schauen. Den Sabaton hat er letztes Jahr schon versprochen. Ja, gegen Sabaton sagt auch keiner was, wenn man das zwischendurch macht. Man sagt aber hier ausdrücklich, es geht um diese emotionale Tiefe, die du hast, wenn einer aufhören möchte, den du wirklich feierst, supportest, dich einfach mit dem einfach gut fühlst, wo du dich unterhalten fühlst. Das ist ja bei jedem, das ist ja bei jedem, das habt ihr mich voll rausgebracht. Ich meine, das ist ja ganz normal, wenn ihr einfach jemanden mögt, euren Lieblings-Youtuber Mimi oder Jules oder Mois, Mois, äh, Mois ist gerade nicht mehr, ähm, oder Maestro oder weiß der Geier, Monte, etc. Jeder würde gerne bei seinem Lieblings-Influencer, weil die unterhalten einen, die wollen halt einfach komplette Unterhaltung haben für ihren Abendprogramm, sie wollen einfach vom realen Leben abschalten. Und natürlich ist so ein Sabaton, wenn man sagt, hey, es endet jetzt, absolut scheiße, weil du denkst so, fuck, ich hab jahrelang oder monatelang oder auch nur tagelang bei ihm im Stream verbracht, ich hab mich abends unterhalten gefühlt, ich konnte nach dem Feierabend schön ein Bierchen zischen, hab was gegessen und hab dann mir meinen Lieblings-Influencer reingezogen. Das ist, das kann schon wirklich krass emotional mitreißen. Also, ich wäre jetzt auch zum Beispiel traurig, wenn ein Kuchen-TV nicht mehr am Start da wäre, muss ich sagen, weil er hat mich schon seit Jahren unterhalten und würde ich jetzt, äh, auf jeden Fall merken und hat auf jeden Fall viele Stunden Unterhaltung geboten für mich, tatsächlich. Und wenn man dann sagt, hey, er endet jetzt und er macht noch zuletzt einen Sabaton, würde ich auch ein ekliges Geschmäckle haben, ne? Deswegen, Sabaton zum Ende, ganz schlecht. Aber so ein Sabaton zwischendurch, sagt keiner was. Tatsächlich, es machen viele und ja, es ist zwar geldfokussierend, trotzdem kannst, da hast du nicht diesen emotionalen Druck, den du hast, als wenn jemand endet. Und da spricht jetzt ein Zuschauer und Zuschauer, genau. Und für Micky heißt das, alles sind so, er weiß doch gar nicht, wie die anderen drauf sind und eventuell labiler und dann raushauen, damit er länger streamt und dann können sie die nächste Rechnung nicht zahlen. Genau, mein Lieblings-Streamer, das war vor dir. Hat ganz aufgehört, bin immer noch traurig darüber und vermisse die Streams und die Communities sehr. Es haben wirklich viele Leute auch aufgehört. Also, wo ich angefangen habe, gut, ich wirke immer noch wie ein Anfänger, aber wo ich angefangen habe, viele haben ja auch aufgehört. Und ich denke trotzdem ab und an mal an bestimmte Streamer, die, in denen ich wirklich viele Stunden war, sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Viele Streamer, die mit mir gleichzeitig angefangen haben, gibt es nicht mehr. Sie haben es nicht durchgezogen. Sie hatten den Fokus dann wieder auf die Familie gelegt, auf Freunde, waren zu zeitintensiv, wollten sich freier ausleben, was Freizeitangestellungen angeht. Es gibt diverse Gründe und auch berechtigte Gründe. Das ist jedem selbst überlassen, aber es ist halt eine Unkommung gegen bei Influenza und manche ziehen es halt durch, manche werden erfolgreich, manche halt nicht und manche haben einfach nur Spaß an sich selber. Also, so ist das nicht. Deswegen reagiere ich auf das Video da rechts das Erste. Ich sehe hier kein rechts das Erste, deswegen schwierig zu sagen, was du da meinst. Chill doch, ganz ruhig, ganz ruhig, lass meinen Flow. Oh, seinen Zweitkanal hat er immer noch genutzt, wenn das so geldgeil wäre. Wieso streamt er dann für seine engste Community umsonst? Gut, wenn man so viel Zeit hat und so viel Geld hat, dass man sogar einen Non-Profit-Kanal leisten kann, ist jedem frei überlassen. Also, das mit dem Mann. Das hier, oder was? Da steht aber Flausch dran. Auf jeden Fall finde ich es halt, es ist ein Unterschied. Ja, er macht einen Non-Profit-Kanal, das ist ja schön und gut. Er sagt aber nichts über seine Aussagen raus, weil er sagt, er hört auf zu streamen, macht ja keinen Sinn mit dem Non-Profit. Ja, auf YouTube hat er ganz vergessen zu sagen, dass er hin und wieder streamt. Im Streamen hat er aber dann unter anderem zu Solution gesagt, dass er sich hin und wieder gerne mal blicken lässt. Aber er macht ein Statement, er hört auf zu streamen. Ganz, ganz unlogisch. Standard, schreibst du mir gerne mal per DM auf Twitch, dann schaue ich mal später mal rein. Zudem hat er gesagt, dass er keine Lust hat mehr auf die große Öffentlichkeit, plus die falschen Menschen, die man jetzt auch aus den Löchern kommen sieht. Macht aber keinen Unterschied, wenn er auf zu streamen, hört er auf zu streamen oder er streamt weiter. Gott. Ich muss doch nicht plus eins gleich zwei erklären. Ich frage mich, ob ihr denkt, dass ein langjähriger Miki-TV-Zuschauer so labil ist, um seinen letzten Euro zu geben. Hat nichts mehr unbedingt mit labil zu tun, sondern eher was mit Liebe, Treue, sowas in der Art. Das hat nichts mit labil zu tun. Man opfert halt gerne für manche Leute ein bisschen Geld. Ich habe auch meine Standard-Streamer, auch wenn ich sogar tagtäglich nicht bei denen bin, sondern vielleicht einmal im Monat, gebe ich trotzdem Geld für die aus, weil ich sage, sie haben Potenzial, mir gefallen sie, sie unterhalten mich und sie haben noch nicht diese große Reichweite, dass sie davon leben können tatsächlich. Jetzt KuchenTV unterstütze ich jetzt per se nicht unbedingt permanent jeden Monat mit Geld. Wenn mal vielleicht 100 Billys mal übrig bleiben am Ende des Monats, ab so mein festen Soll, dann gebe ich ja auch schon mal was. So ist das nicht. Aber insgesamt, er hat auf jeden Fall diese Reichweite um. Von diesen 100 Billys schaut er dich mal richtig an. So, hä? Was ist denn das? Nur 100 Billys? Boah. Geizer. So in der Art. Deswegen, und für manche ist es halt wichtig. Deshalb, Amazon hat ja ein drittes Statement auf Twitch verworfen, sondern wird nur ein XXL-Event bis Ende des Jahres machen. Trotzdem ziemlich widersprüche ich dann. Im ersten Video hat er darüber gesprochen, dass er nach acht Jahren Streaming ausgefahren ist. Ja. Das meine ich ja gerade. Macht halt null Sinn, ne? Macht halt null Sinn. Vor allem eben, warum soll er alle Mickey-TV-Zuschauer so sein, wie diese eine? Macht keinen Sinn. Wie gesagt, es sind seine Gefühle, die sind auch absolut legitim, die darf er ja auch so halten. Dass er das jetzt aber für seine gesamte Zuschauerschaft pauschalisiert, ganz unangenehm, kannst du halt nicht bringen, weil jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch hat halt andere emotionale Bindungen zu einem Streamer, zum Influencer. Man kann ich sehen das einfach nur als Abendprogramm, durchgesappt. Ach, scheiß Werbung. Wobei die Werbung hier geht ja noch. Wenn ihr mal Let's Dance anschaut, bin ich ja gerade wegen dem Tanzkurs am Start. Ey. 50 Minuten Werbung für zwei Stunden Serie oder ein bisschen mehr, keine Ahnung, weiß gerade nicht, aber ich, ganz ehrlich, sobald Let's Dance durch ist, ich schaue mir keine Serie mehr an. Ich will nur noch Netflix oder Amazon oder was auch immer, weil die Werbung ist penetrant eklig. Wenn es nur wenigstens ein paar Sekunden wäre. Gar kein Stress. Aber die Werbung geht ja im Fernsehen ja fast teilweise 15 Minuten. Als würde ich im Kino hocken und schon wieder den Vorspann anschauen. So schlimm ist Fernsehen geworden, ey. Ah, grüß dich, Bier. Oh, Bier. Warum später? Weil ich gerade hier ragte, Alter. Ich verstehe einfach nicht, warum er nicht direkt im ersten Video gesagt hat, dass er danach auf seinen Zweitkanal weiterhin streamt wird. Das zweite Stream war mega verwirrend und... Das zweite Statement war mega verwirrend und irreführend für viele. Vor allem, dass er es schon schade findet, dass er seinen Zweitkanal nicht erwähnt wurde. Das ist wirklich lost. Okay, das ist wirklich lost. Da hast du vollkommen recht. Und genau das ist ja auch die erste Kritikpunkt. Nicht erst, aber es ist einer der Kritikpunkte, warum er da... Er sagt schon, warum er das nicht gleich selber erwähnt. Also für mich entweder absolut verpeilt oder beabsichtigt. Das ist halt die Frage. Er selber hat das im ersten Video nie erwähnt, dass er dann auf dem zweiten Kanal weiterhin streamt wird. Ja, wie gesagt, Mittelpunkt der Erde. Jeder schaut seinen Stream an, kennt man ja. Abschließend kann ich nur sagen, dass ich natürlich beim Sabotan auch was dalassen werde, jedoch nur im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wie gesagt, diese Statement selber? Immer gut. Auch übrigens sollte als Streamer jeder das so sagen. Jeder Streamer sollte sagen, wenn ihr spenden wollt, dann nur das in euren Möglichkeiten rahmen, dass ihr nicht eingeschränkt seid von eurem Leben. Dass ihr genügend Geld habt zum Sparen. Legt regelmäßig was zurück für Notfälle, habt einen Sparplan für ETF-Aktien, wirklich ETF-Aktien, keine Bitcoins oder irgendwas Riskantes. Informiert euch natürlich auch ordentlich darüber vorher. Habt genügend Geld, dass ihr auch mal essen gehen könnt oder vielleicht auch später mal verreisen. Und erst dann, wenn alles ausgeschöpft ist, wo ihr ja schon alles zurückgelegt habt und Miete und etc., erst dann kommt euer Hobby, euren Lieblings-Influencer vielleicht zur Unterstützung. Nicht mal mit viel Geld, sondern einfach nur einen kleinen Gruß mit 100 Billis und sagt, hey, danke, dass du da bist, danke, dass du immer wieder uns unterhältst, dass mein Abendprogramm ist. Das sollte jeder Streamer eigentlich von vornherein immer wieder sagen, als Mantrascher. So. Er hat mir das beste Unterhaltung auf Twitch geboten. Wenn ich mal viel Stress hatte, war er mein Ventil. Guck. Schön. Man muss sagen, der Kommentar selber hier jetzt unten. Superschön. Ich finde es schrecklich, wie die Leute, die sich immer über das Cancel beschweren, jetzt als erstes mal wieder mit widerlichen Aussagen auftreten. Gut, ich kenne jetzt nur die Aussagen von den gängigen großen Influencer. Und die Cancel ja nicht, die kritisieren. Und das auf eine sachliche Art noch. Also, man muss es halt so sagen, hier wäre schon ein bisschen Einsicht von Micky nicht schlecht. MickyTV an dich persönlich. Lass die Leute einfach labern, auch wenn du irgendwann wieder normalen Streamen solltest. Umarmt deine Community dich mastigen, Mann, und freut sich schon auf deinen Bruch. Gut, hört sich aber trotzdem insgesamt ein sehr schöner Kommentar. Und keine Ahnung, was diese Person da haben wollte gerade. Aber vielleicht ist sein Name auch Buchrang. ...supported und auch sehr gerne ein letztes Mal gibt. Habt ihr gelesen? Er will supporten in seinen Möglichkeiten. Das ist krass, oder? Finde ich mega heftig. Er will supporten. Er will Geld da lassen übrigens. Das finde ich richtig heftig, dass er das macht. Ehrlich gesagt, ich habe das eher so empfunden. Er findet es cool, dass man dann noch so differenziert sagt, hey, jao, in meinem Rahmen der Möglichkeiten mache ich das Ganze, aber nicht mehr und nicht weniger. So habe ich das jetzt ehrlich gesagt interpretiert. Also, da muss ich sagen, bin ich nicht ganz auf der gleichen Meinung wie Tim. ...das Event ja jetzt geändert. Das Ganze ist kein Sabaton mehr, sondern allgemein einfach ein XXL-Stream. Er hat das Ganze jetzt... Das, was du gesagt hast, Amina. ...das ist aber nicht geändert, weil er sich gesagt hat, ja, okay, das war wirklich nicht so klug. Sondern, weil wir alle das einfach nicht verstehen. Was quasi dahinter steckt. Und ich wurde von unglaublich vielen missverstanden. Auch mit der Kritik. Und aufgrund dieser Sache, wie viele Leute mich auch missverstanden haben. Und auch wie viele andere Streamer und YouTuber. Missverstanden? Ich höre auf zu streamen. Ich streame jetzt auf dem zweiten Kanal. Hör mit dem ersten auf. Aber ich streame mit dem ersten jetzt bis Ende des Jahres. Obwohl ich ausgebrannt bin. Hä? Er redet immer so, als wäre er weise. Du, ganz ehrlich. Manche mögen diese ruhige, gelassene Stimme. Ich bin ja immer energiegeladen, wenn ich rede. Ich kann es verstehen, warum dann manche Leute gar nicht hierbleiben, weil... Da finde ich zum Beispiel, kann ich verstehen, warum manche Leute zum Beispiel Tobias Huch anschauen. Er ist ruhig, er redet sachlich, er redet... Nein, nicht immer sachlich, aber er redet immer in einer angenehmen Tonlage. Nicht überdreht. Ich meine den Inhalt. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte von einer Redensart. Redensart, Alter. Kann ich jetzt nicht so abschätzen. Ich glaube, das ist dann subjektiv, wer das so wahrnimmt. Ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. ...Statement so, als ob er ja mega kritikfähig wäre, obwohl er mit dem Satz ja zugegeben hat, dass er gar nichts verstanden hat. Denn er hat ja keine Fehler gemacht. Wir haben einfach nur keinen Plan davon. Zufällig jeder, außer seine Fans, sehen das Ganze super kritisch, was er gemacht hat. Und selbst ein Monte, der ja cool mit Micky ist, hat gesagt, dass er die Aktion nicht in Ordnung findet. Aber nein, MickyTV ist natürlich nicht schuld. Es sind einfach alle anderen auf dieser Welt. Und gerade er, der wirklich allen anderen die Schuld gibt, sagt dann das hier. Im Gegensatz zu vielen anderen Content-Creatoren, was man auch sagen muss, immer auf Kritik, auch in der Vergangenheit, eingegangen bin. Ich habe mich immer dazu geäußert und mir Sachen auch dazu überlegt. Und das ist einfach... Halt. Jetzt muss man kurz differenzieren. Meint er mit Kritik angegangen, dass er darauf reagiert hat und zumindest Aussagen getroffen hat? Oder meint er auch, dass er diese auch angenommen hat und reflektiert hat? Ich glaube, hier muss man ein bisschen... Tricky, ich glaube schon, zumindest so wie ich es jetzt noch mitbekommen habe, hat er ja auch auf alles reagiert. Aber was er angenommen hat, ist eine andere Frage, glaube ich, gewesen. Er will ein besserer Mensch werden, ETC, und er wird einfach nicht verstanden und so weiter. Ja, das ist vielleicht so. Das ist sehr unreflektiert. Wie gesagt, ich glaube schon, dass er bis jetzt immer reagiert hat auf diese Kritik, aber dass er nicht es angenommen hat. Das ist ja ein Unterschied. Einfach falsch. Er geht gar nicht drauf ein, lenkt meistens ab und bringt ganz komische Ausreden. Aber auch in anderen Punkten stimmt das nicht. Was ist zum Beispiel damals, als er gesagt hat, dass er ja einen 6 Millionen Euro Deal von Kick abgelehnt hat, wie der Skate ja gar nicht so wichtig ist? Die Kritik zu der Aussage hat er komplett ignoriert, obwohl Skurrus sogar Geld dazu gesetzt hat. Nachdem ich und Skurrus das ganze Thema dann groß gemacht hat, war die Kritik dann irgendwann so riesig, dass er gezwungen war, darauf einzugehen. Und hoppala, das stimmte ja zufällig einfach gar nicht. Nach meinem letzten Video zu MikiTV... Oh Gott, war das echt so? Es ist halt nur die Frage, er hat da wirklich reagiert, weil es medial so groß geworden ist oder wollte er so oder so darauf reagieren, hat aber jetzt halt vom Timing her so gewirkt, als würde er wegen der großen Reichweite das jetzt erst machen. Und das ist jetzt die Frage, ich glaube, da könnte man sich drüber noch streiten. Aber wenn er zu Anfang das gar nicht richtig gleich reagiert hat, weil die Kritik aber trotzdem schon groß genug ist, das ist schon seltsam. Und ganz ehrlich, man sollte nichts behaupten, was man nicht auch belegen kann. Das ist Tatsache. Und wenn er sagt, er hat was abgelehnt, dann sollte man das auch wenigstens nachweisen können. Er ist dabei geblieben, bis Skurrus dann schriftlich sein wollte. Mit unreflektiver darauf bezogen, dass er uns vorwirft, ihn missverstanden zu haben, anstatt die Fehler bei sich zu suchen. Das, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber er hat darauf reagiert. Das ist zumindest 50 Prozent mehr als manche andere bekannten InfluencerInnen. Was vor fünf Monaten kam, hat er mich übrigens sowohl bei Twitch als auch bei Twitter geblockt. Also so viel übrigens zu der Kritikfähigkeit. Und damals habe ich auch schon andere Punkte gebracht. Naja, reaktionäres Streamer darf man doch kein Aufmerksamkeit schenken. Ich muss eigentlich mal dieses Kapperschild holen. Sicher ist sicher. Sehr komisch sind, denn MikiTV versucht immer so Gratis-Lob mitzunehmen. Beispielsweise bei der Sache hier. Erstmal eine Sache so. Erstmal mal ganz kurz hier den Follower. Und Franz, 20 Jahre. Och, wirklich schon die Stimme. Erstmal muss ich hier den Follower wegmachen, so. Weg! Da ging es halt nicht mal um mich. Er war einfach random auf Twitch, hat mich an der Seite gesehen und hat mir plötzlich entfolgt. Und das Ganze hat er höchstwahrscheinlich nur gemacht, weil ich zu der Zeit nicht beliebt gewesen bin und er mit einer Distanzierung von mir sich dann doch ein paar Sympathiepunkte einheimsen konnte. Er sagt ja auch, oh Mann, wenn ich schon diese Stimme höre. Das ist ziemlich komisch, weil vor meinem Skandal hast du einige Reactions zu mir hochgeladen, die du auch alle gefeiert hast. Und da hatte ich ja eigentlich genau die gleiche Stimme. Da war die komischerweise noch gar nicht so nervig. Nein, nein, das wurde gepitcht davor. Nee, hallo, hier ist Kuchen nicht auch. Das ist schon bitter. Wenigstens weiß ich jetzt, was Gratismut bedeutet. Er hatte erst vor kurzem so einen komischen Kommentar gehabt bei Miss Germany Wahl. Und ich dachte mir so, what the fuck, dieses Wort habe ich wirklich legit noch nie erwähnt bekommen. Irgendwo. Ich wusste erst mal schauen, was es ist. Und jetzt dachte ich mir so, okay, krass. Jetzt hat es doch mal was gebracht, ein neues Wort zu lernen. Schadet auf jeden Fall nie. Man lernt halt nie aus einem Alter. Egal, in welchem Alter übrigens. Mhm. Das habe ich damals nicht verstanden. Das finde ich bis heute noch uncool von Micky. Das hätte nicht sein müssen. Also die Reaktion zu, yo, diese Stimme, äh, absolut unangemessen. Dieses Entfolgen. Das ist im Grunde aber dafür wieder legitim. Das kann man machen. Wirklich. Tatsächlich. Man kann jemanden feiern und dann sagen, hey, nee, scheiße, ist doch nicht so gut. Jetzt entfolge ich, jetzt lasse ich es lieber. Das kann man auf jeden Fall da wirklich lassen. Deswegen würde ich hier auch nichts dagegen sagen. Weil jeder hat seine eigene Meinung. Jeder hat seinen eigenen Sympathiewert. Und ab einem gewissen Schwellenwert ist man halt dann weg. Das muss man einfach sagen. Aber mit einem gewissen Schwellenwert ist man einfach weg. Egal, ob man jemanden davor gefeiert hat oder nicht. Muss ich halt einfach so sagen. Tim müsste schon wirklich einen krassen Vorfall machen, damit ich so zum Beispiel sagen würde, jo, jetzt entfolge ich dir. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Tatsächlich. Dann jetzt zum Beispiel ein... Wobei im Grunde, ich folge ja auch Leuten, die ich nicht so sehr mag, einfach nur um up to date zu bleiben bei manchen Leuten. Das ist halt auch so. Das ist ganz schwierig. Vielleicht würde ich auch trotzdem dann drin lassen. Und einfach nur irgendwann mal beim Ausmisten so, ach komm, jetzt schaue ich es gar nicht mehr an. Ich habe zu viele inzwischen. Ich muss auch mal wieder ein bisschen ausmisten, weil ich manche einfach gar nicht anschaue. Tatsächlich. Ich schaue mir jetzt gerade viel Simplicissimus an. Ich schaue mir viel Alternativgrad wieder an. Auch Alicia Jo immer mehr, muss ich sagen. Also dieser Content kommt auch immer mehr für mich jetzt gerade an. Wo ich sage, hey, finde ich cool. Zu lange zum Reakten teilweise, muss ich sagen. 44 Minuten jetzt das letzte Video, wo es um Ketzer der Neuzeit ging. Fand ich auch sehr interessant, wie sie das Ganze aufgearbeitet hat. Aber zu lange zum Reakten. Ich bin ja nicht so jemand, der permanent zu viele Minuten reaktet, weil, ja, ihr seht schon, wir sind jetzt bei Minute 10, aber bei der Aufnahme schon bei 43 Minuten. Was passiert, wenn wir im 44-Minuten-Video über wirklich ein brisantes Thema reden? Jo, da sind wir ungefähr bei 4 Stunden Reaktion. Da will ich jetzt auch nicht unbedingt jemanden antun. Also 4 Stunden, das ist schon lange Unterhaltung und, ja, Spielfilmlänge reicht vollgaben das Maximum. Da war ich noch cool, oder? Noch lustiger wird das Ganze aber, wenn man bedenkt, dass er mir jetzt wieder folgt. Warum auch immer. Also meine Stimme ist ja immer noch genau die gleiche. Ist die jetzt wieder in Ordnung oder was genau hat sich geändert? Wie gesagt, das Stimmtake fand ich jetzt lächerlich. Aber insgesamt dieses Entfolgen und Wiederfolgen, das kann man wirklich so nehmen. Erstens, man folgt auch Leuten, die man nicht mag, weil zum Beispiel bestimmt gerade eine Kontroverse ist oder weil man halt, ja, doch, Kontroverse eigentlich hauptsächlich, wo man gerade vielleicht bei einem Beef oder bei öfteren L-Takes vielleicht sogar Content bringt oder neue Informationen, die du sonst selber nicht einfach so bekommst, folgt man ja auch manchmal Personen und nicht nur, weil man jemanden feiert. Zumindest ist das bei mir so und ich glaube, bei vielen aber auch, bei vielen anderen, die folgen ja auch bestimmten Leuten, wenn es die Möglichkeit gibt. Auf Twitter bin ich aber ein paar Leuten leider gesperrt. Warum auch immer. Ich mache ja nicht mal was Böses, ne? Immer so sympathisch wie möglich rüberzukommen, ist dabei aber übelst doppelmoralisch, weil es ihm halt vorrangig um das Geld geht. Zumindest würde ich ihn so einschätzen bei seinen... Gut, gerade noch gerettet, Meinung, Vermutung. Das wollte ich gerade kritisieren, es gibt keinen Beweis dafür. Es kann vielleicht so wirken, ist aber kein Beweis. Ich finde auch, es wird etwas mehr auf Geld geachtet. Ich glaube aber nicht, dass seine Community ihm absolut scheißegal ist. Das kann ich mir jetzt kaum vorstellen gerade. So insgesamt... Also zumindest von dem, was ich jetzt so gesehen habe. Obwohl ich ihn eher negativ assoziiere, ne? Unter seinem Statement auf YouTube ist auch ein Kommentar, der geschrieben hat, dass man bei Twitch derzeit eine Woche Follower sein muss, um etwas reinzuschreiben. Also so viel zur Kritikfähigkeit. Das nervt mich so oder so. Aber ich überlege es mir auch gerade, zumindest auf 10 Minuten zu setzen. Tatsächlich? Wenn ich so Leute lese, wie den gerade von vorhin... Yo. Kommt rein, nur um zu sagen, ich soll mal auf irgendwas reagieren. Also bitte. Komm. Bitte. Komm. Also mal Real Talk. Bitte. Komm. Überleg mal weiter. Natürlich nur von den eigenen Fans, die ihn sowieso feiern. Und selbst wenn Leute komplett normale Fragen stellen, rastet er gefühlt komplett aus. Bleibst du nach deinem Event in der Öffentlichkeit? Solche Kommentare sind der Grund, warum nicht. Weil ich komme mit der Dummheit nicht zurecht. Bin ich dir ganz ehrlich. Ich komme mit deiner Blödheit nicht zurecht. Verstehst du das? Das war eine ganz normale Frage, Bro. Warum muss man den Typen da jetzt beleidigen? Ich verstehe das nicht. Superschön gestoppt wieder. Also, ich kann es verstehen, wenn die Frage wiederholt kommt, dass man genervt ist. Aber Beleidigung, really, dann ignorier lieber die Frage und mach einfach weiter. Das ist... Also, als Großinfluencer sollte man das sogar mehr drauf haben als kleine Influencer. Weil wenn ich eine Textnachricht ignoriere, dann kriege ich erst mal einen Kollaps. Also, tatsächlich, ich versuche mich da gerade selber immer wieder zu verbessern. Ich reagiere nicht immer unbedingt auf alles, zumindest je nachdem, wer mir gerade schreibt. bei bestimmten Sachen versuche ich das schon zu ignorieren und drüber zu stehen. Tatsächlich, aber als Großinfluencer musst du diesen Skill schon hochgelevelt haben, weil sonst, wow, stell dir mal vor, so ein Motto reagiert auf jede Textnachricht. Gut, extremstes Beispiel, was man nennen könnte jetzt gerade. Aber ihr wisst, was ich meine. Du kannst irgendwann nicht mal auf alles reagieren und dann machst du es halt auch so. Da hat einer gefragt, scheiß drauf weiter, wenn es dich gerade triggert. oder dann reg dich ruhig auch auf, aber beleidige nicht. Alter, was ist denn das? Wie alt das zerkehrt? Keine Ahnung. Wobei Kuchen das auch gut kann, Leute im Chat dumm anzureden, weil er falsch versteht oder genervt ist. Ja, er hat ja auch mich schon gesagt, ja Alter, bist du dumm zu googeln? Bist du zu dumm zu googeln? Hat er ja geschrieben. Ich nehme es ja nicht persönlich, ist halt seine Art. Finde ich, hätte er auch besser schreiben können, aber ich fühle mich nicht getriggert dadurch. Ich war einfach zu faul zu googeln. Ich war zu faul. Er hat nur das falsche Adjektiv verwendet. Das ist das Problem. Macht er auch gerne. Ja, das macht er auch gerne. Das ist tatsächlich so. Muss auch nichts sein von Kuchen. Du, ganz ehrlich, was soll ich jetzt sagen? Alter, das Scheiße von dir interessiert mich auch nicht. Obwohl, er folgt mir. Vielleicht interessiert ihn meine Meinung doch. Ne, aber tatsächlich, ich lasse mich durch sowas nicht triggern, weil tatsächlich, wenn man alles auf die Goldwaage legen würde, was im Internet geschrieben wird, dann gute Nacht, sage ich nur. Also, tatsächlich, ich versuche vieles einfach nicht an mich ranzugehen, weil, gut, ich lasse mich gerne durch unlogische Sachen und Dummheit triggern. Das weiß ein gewisser Reuzi, schon ein bisschen. Aber so insgesamt nehme ich alles mit Humor. Und wenn er das halt so schreibt, ist Scheiß-Take von ihm, finde ich auch scheiße, aber aufregend braun lernt. Deswegen, ja, ich sage oft, deswegen, 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 Alles ist eine Folgerung. Dann sollte man das andere nicht vorwerfen. Ja, das ist halt doppelmoralisch. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Schreibst du einfach bei ihm doppelmoralisch. Er nimmt es vielleicht an, er nimmt es auch nicht an, aber es ist ihm auch nicht so wichtig, muss man sagen. Das ist tatsächlich dann so. Das ist halt schade. Er, wie gesagt, er hätte mehr weit, noch weiter oben vom Sympathieskill her, wenn er selber auch noch ein paar Sachen, erwachsener könnte man schon, na, erwachsener, falsches Wort, respektabler, die Sachen rangehen. Es sei denn, er sagt dazu, dass er dazu auch neigt und es aber blöd von ihm ist. Aber warum hat er überhaupt diesen Sabaton geplant? Naja, natürlich nicht, um sich selber die Taschen voll zu machen, das wäre ja voll abwegig, sondern er hat folgende Ausrede dafür. Wir haben, ich muss Leute einfliegen lassen, ja, also quasi, die müssen nach Madeira kommen, die haben hier ne Unterkunft, ich muss Technik aufstocken, alles mögliche. Und deswegen hätte ich auch diesen Sabaton mit diesem Geldaspekt gemacht, weil es nicht einfach nur, ich werde nicht einfach nur Videospiele spielen und mich dann schlafen legen und wie Stegi Papa Platte Videos laufen lassen, sondern ich möchte für euch 24-7 in einem langen Zeitraum einfach Content bieten und mich auch daran bessern, ein guter Content-Trader zu sein. Gib doch einfach zu, dass du noch mal dick Geld machen wolltest mit dem Sabaton. Okay, auch noch einmal für dich, damit ich es dir auch einmal sage, das, was ich hier vorhatte, damit, du musst natürlich halt auch über die Kosten nachdenken, dass viele andere Streamer hier zum Sabaton kommen, ich muss Flüge bezahlen, die nach Madeira holen, Unterkunft und, und, und. Und natürlich hätte ich den Sabaton aus einem Geldaspekt heraus gemacht, um das auch zu stemmen, damit das quasi sich ausgleichen, verstehst du? Deswegen, aber ich, verstehst du das? Und hier kann ich Miki TV wirklich komplett verstehen. Es geht dem Roten König doch nicht darum, seine Taschen voll zu machen. Er muss einfach die laufenden Kosten decken. Wisst ihr, wie teuer so ein Flugticket nach Madeira ist? Wie soll man das bezahlen? 370 Euro? Kann man machen? Muss man nicht. Ich muss hier kurz mal sagen, also, den geldlichen Aspekt, weil er was bieten möchte, kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen, also wirklich noch bis zum Bruchteil nachvollziehen. Tatsächlich. Die Problematik ist aber immer noch, es ist der letzte Stream. Das heißt, du hast hier eine emotionale, ja, Erpressung ist das falsche Wort, eine emotionale Bindung, um mehr Geld zu generieren. Hätte das zwischendurch gemacht, könnte man das einfach viel besser verstehen, würde auch absolut in Ordnung sein und würde auch mehr dem Sinn eines Content Creator gleichen als, ja, je nach Zeit, die Flüge werden dir schon teurer. Er hat das bestimmt auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie viel Miki so selber verdient hat oder noch verdient oder regelmäßig bekommt. Kann ich nicht so sagen. Man muss aber auch teilweise so sagen, manche, und ich würde jetzt einfach nur aus der, ich würde es hypothetisch machen, weil, so könnte ich es mir so vorstellen, manche Creator würden sogar das Geld selber in die Hand nehmen, damit sie bei ihm im Stream sind und namentlich erwähnt werden, weil er vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Reichweite er im Schnitt hat, das kann ich gar nicht sagen, aber manche würden das sogar machen, damit sie dorthin gehen und mehr Reichweite selber für sich auch generieren wollen. Klar, auch zum Abschied, hey, du warst cool, hat Spaß gemacht und jetzt will ich aber noch ein bisschen von deinem Hype auch noch selber haben. Kann man damit offen umgehen oder man verschweigt es eben selbst überlassen, aber tatsächlich, ich glaube, manche würden das sogar selber zahlen. Also den Flug vielleicht und dann macht man halt mit ein paar Kollegen so eine Massenangebotsanfrage an ein Hotel oder sowas, wo man dann günstige Einzelzimmerpreise bekommt. Kann man ja machen, also geht schon. Aber er wird ja beim Stream auch Geld einnehmen durch Donation und Subs, das rechnet sich mehrfach. Deswegen, er versucht sich hier jetzt rauszureden. Im Grunde, wie gesagt, seit Sabaton hätte ich nichts dagegen gehabt. Dieses sogar extra noch ein bisschen mehr Geld anfordern bezüglich solcher Aktionen, könnte ich auch noch verstehen, aber wie gesagt, zum Ende der Streaming-Karriere, no go. Einfach no go. Ende, aus, nein, nada, es ist ja nicht so, dass Miki TV selber gesagt hat, dass er super viel Geld hat. Dann habe ich mich erst mal gefragt, glauben die Zuschauer, dass ich streamen muss? Also, glaubt ihr, dass ich den Stream anmache, um meine Kosten zu decken? Glaubt ihr, ich muss meinen Stream anwerfen, um einkaufen gehen zu können? Ich möchte vielleicht ein schönes Auto haben. Ich möchte vielleicht irgendwann mal in den Urlaub fliegen. und all das habe ich mir erfüllt. Sogar weit darüber hinaus. Irgendwie ist das Ganze ja auch komisch. Jeder andere Streamer bekommt es hin, ohne Sabaton super heftige Events an den Start zu bringen, die teilweise noch größer sind, als das, was Miki TV davor hat. Hier muss ich kurz sagen, Edwin und Birn, bitte, das finde ich halt, solche Vergleiche ist ganz schwierig zu setzen. Ja, andere Streamer machen krassere Events und sind aber weniger erfolgreich und kriegen weniger Geld und machen damit auch nicht unbedingt so viel Gewinn. Es gibt solche und solche. Bitte hier gleichzusetzen ist ganz, ganz, ganz schwierig. Wie gesagt, ich kenne eine meiner Lieblings bayerischen Influencer aus München, die Gaming Dürnnel. Grüße geben dann dich raus, Melli. Super cool, super unterhalten, macht wirklich viele Events, also wirklich teilweise viel IRL, Events teilweise, auch bei so Busfahrten dabei, alles mögliche drum und dran, hat auch viel mehr Reichweite verdient, kostet wahrscheinlich auch trotzdem verhältnismäßig genügend. Du kannst es aber nicht vergleichen, weil es gibt solche und solche, also wie gesagt, Empfehlungen und Birnen. Ich wollte es jetzt einfach nur sagen, ey, gut, oder, oder zum Beispiel, genau, ich bin es jetzt, der Fahrschul-Reso, wie er auch genannt wird, der macht sein Content durch Fahrschule selber, also tatsächlich gibt es auch etwas, was zusammen mit Job und dem Influencer kombiniert werden kann. Dadurch spart man sich sogar viel Geld ein und kriegt auch zusätzlich mehr und das ist aber auch eine geile Sache, aber es sind Äpfel und Birnen, wir vergleichen hier immer so viele verschiedene Sachen und das ist ja nur ein kleiner Bereich, also es gibt ja Leute mit DJs, Auftritten am Abend, richtig geil, bis hin zu sehr seltsam sogar als Nicht-Kenner, funktioniert trotzdem, es gibt Bar-Streams, diese eine berühmte Bar, wo man streamt, wo irgendwie auch alle Influencer schon mal waren, gefühlt, es gibt so viele Arten von Seen, du kannst es nicht miteinander vergleichen, du kannst es einfach nicht miteinander vergleichen, nur weil der eine das kann, ohne extra in Unkosten zu schützen klappen, muss es nicht sein, dass der andere es nicht kann oder was auch immer, also hier, finde ich nicht so gut. Nur der arme, kleine Miki-TV muss natürlich irgendwie seine Kosten decken lassen durch einen Sabaton, Er hat übrigens laut Twitch-Tracker derzeit über 4.600 aktive Subs, das ist immer nicht ganz richtig, das ist nur ein ungefährer Wert, aber alleine das wären bei 3 Euro pro Sub über 12.000 Euro. 3 Euro pro Sub? Nicht 4 Euro pro Sub? Also das heißt, geteilt durch 2, also das sind die Einnahmen, die er dann selber bekommt, man macht ja jetzt so 50, nehmen wir mal, er ist Partner, gell? Er ist Partner. Da kriegt er 70%, gell? Also da machen wir 3 Euro, ja, das sind 12.000, geteilt durch ein bisschen mehr, 13.000 machen wir so, geteilt durch 2, weil man ja Steuern und sowas einfach die ganz einfache Rechnung macht, sind wir halt bei 6.500 Euro. Das ist ja sein Gewinn, das er selber für sich rausbekommen darf. Klar, das ist jetzt ein gutes Gehälbchen, also würde mir auch schmecken, aber wie gesagt, ich kann diesen Link verstehen, man möchte doch die Kosten etwas reduzieren. Also wie gesagt, ich würde hier trotzdem nicht das vergleichen miteinander. Euro plus Bits, Werbung, Donations und alles, was er noch bekommt, wie zum Beispiel Placements. Als Streamer muss man dann doch einfach mal Geld investieren. Und selbst wie du es jetzt machst, als großes Abschluss-Event, wirst du genug Unterstützung bekommen, dass du auf den Kosten nicht sitzen bleibst. Das wird dir genauso bewusst gewesen sein. Dieser Subathon war doch offensichtlich nur dafür da, nochmal so viel Geld wie möglich mitzunehmen. Wenn es dir wirklich nur darum geht, dass du nicht auf den Kosten sitzen bleibst, warum hast du dir dann nicht einfach irgendwelche Sponsoren geholt? Das wäre doch in deiner Größe überhaupt gar kein Problem gewesen. Also nicht mal hier sieht er das Ganze ein, sondern sucht jetzt irgendwelche scheinheiligen Gründe, die logisch gesehen nicht mal Sinn machen, um ja nicht die Kritik anzunehmen. Ein Zuschauer hat ihn dann... Gut, das muss ich jetzt aber sagen, ja, er sucht tatsächlich wirklich verschiedene Gründe. Das, das, da würde ich wieder zustimmen dann. Aber diese Vergleiche ist ganz schlecht. So selber jetzt, gerade von Tim. Weil wie gesagt, Äpfel und Birnen darf man nicht miteinander vergleichen. Sie sind halt absolut schädlich. Auch genau darauf angesprochen. Und dazu sagt er folgendes. Du weißt doch selbst, dass bei so einem Sabotum mehr Geld zusammenkommt, als für die Kostendeckung nötig ist. Ja. Hoffentlich. Kannst du nicht mit Sicherheit sagen, aber hoffentlich. Klar. Ich verstehe deinen Punkt nicht. Dieses unsichere Ja beweist halt, dass ihm genau das bewusst ist. Deswegen sagt er danach auch, hä, ich verstehe jetzt deinen Punkt überhaupt nicht. Vor allem auch dieses, ja, also... Es ging ja, weißt du, er sagt ja, es ging nicht um, also er will jetzt aufhören, Sabotum, dann ist die Kritik wegen dem Geld und jetzt versteht er den Punkt nicht mehr. Obwohl er deswegen überhaupt angefangen hat, ein Statement zu machen. Hä? So, das kann man ja auch eigentlich nicht wissen. Doch, das kann man wissen. Und du bist dir dessen auch bewusst. Deswegen hast du im ersten Video nämlich noch Folgendes gesagt. Ein allerletztes Projekt zu machen, wo ich nochmal richtig Gas geben werde, wo wahrscheinlich ich auch nochmal richtig viel streamen werde. Haha, wahrscheinlich werde ich nochmal voll lange streamen, weil ich genau weiß, wie viele Unterstützung ich von euch bekomme. Aber ob ich meine Kosten decken kann, ja, das, das kann man jetzt nicht zumindest, das kann man nicht mit Sicherheit sagen, sage ich euch ganz ehrlich. Ihm wurde ja auch vorgeworfen, im Grunde ja gar nicht auf die Kritik eingegangen zu sein. Was ja auch stimmt. Und dazu sagt er folgendes. Hm. Du sagst, du gehst auf Kritik ein. Die Kritik war, dass du manipulativ seist, weil du sagst, dass du mit Stream aufhörst und im selben Atemzug einen Sabaton ankündigst. Das Einzige, was du änderst, ist, dass du vom Sabaton zurückruderst. Inwiefern zeigt es Kritikfähigkeit? Ich, 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 ich check's nicht. Kurz nicht, ja, süße. Ja, bitte. Gute Nacht. Du siehst das einfach gar nicht. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich bin auf die Kritik eingegangen und hab sogar was geändert. Er hat es zwar geändert, aber wie gesagt, ja nicht, weil er einsieht, ja okay, der Move war wirklich nicht so cool von mir, sondern, und das seht ihr ja auch in diesem Video, versucht er sich in jedem Punkt irgendwie rauszureden. Also kritikfähig ist das Ganze ganz und gar nicht. Wir verstehen ihn nun mal ein. Er geht auf Kritik ein, aber er nimmt die Kritik nicht an. Das ist halt, wie gesagt, der Unterschied. Ganz einfach. Und hauptsächlich Kritik war, diese emotionale Manipulation zur Geldmacherei. Ganz einfach. Einfach alle nicht. Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennen keine Grenzen? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Er sieht viele Dinge, die wir gesagt haben, anscheinend auch gar nicht als Kritik, sondern als das hier. Diese Form von, diese Form der, der Hetze dahinter. Ich kann das, ich kann das einfach nie verstehen. Welche Hetze? Oh. Ich krieg so komische Twitter-Vipes gerade. Manche verstehen nicht, was Hetze ist. Tatsächlich. Manche verwechseln Hetze und Kritik einfach so extrem, das ist echt nicht mehr normal. Ich versteh's nicht. Ey, ey, ey. Hetze, was genau meint er jetzt? Darauf geht er gar nicht ein. Aber Hauptsache, seinen Zuschauern mal irgendein Schlagwort vorwerfen, damit die Kritik dann gar nicht mehr fruchtet. Sehr gut, MikiTV. So kann man damit natürlich auch umgehen. Enttäuscht ist MikiTV übrigens auch von zwei anderen Streamern. Unter anderem Stay. Auch zum Beispiel, wo ich auch enttäuscht bin, Chad, dass Stay ein 1 Stunde 14 Video bei sich auf dem Kanal hochgelandet hat. Ihr könnt mal Stay fragen, von wem er überhaupt, seit wann er den YouTube-Kanal bei sich aufgemacht hat. 2018 war ich in einem Talk mit Stay und ich hab ihm gesagt, ich hab ihm gesagt, Stay, du bist nur Twitch-Streamer, wie wär's, wenn du einen YouTube-Kanal aufmachst? Dann können Leute dir da auch folgen, die dir zuschauen wollen. Und sechs Jahre später, nachdem ich ihm diesen Tipp gegeben hab, lädt er ein Video gegen mich hoch, wo er einfach eine Stunde über mich rüberfährt. Echt? Wow! Du gibst mir einen Tipp und dafür hab ich absolut immer wieder einen Stein bei dir. Du darfst mich nicht mehr kritisieren, weil ich dir diesen Tipp gegeben hab. Wir machen es ganz einfach. Ich gebe euch einfach einen Tipp. Atmet weiter, dann lebt ihr länger. So. Ich will nie wieder kritiken. Nein, gar nicht. Dieser Tipp ist auf jeden Fall lebenswichtig. Absolut fort, ich bin unangreifbar. Das kenne ich, mega lustig. Ich schau's selber nicht an. Also muss ich da sagen, schau ich wirklich nicht an. Weil, einfach weil. Es gibt keine Begründung eigentlich. Ist halt nicht auf meiner Liste, wo ich anschaue gerade. Ich find's beschämenswert, dass Wörter wie Hetze oft zu Unrecht und inflationär benutzt wird. Yep. Oh, ja. Vielleicht hast du's ja mitbekommen, ich weiß nicht, ob du's mitbekommen hast, aber ich hab ja auch einige Takes gebracht und da wurde mir auch mehrfach das vorgeworfen. Wobei, das halt einfach keine Hetze war, tatsächlich. Das ist so witzig. Also wirklich, einfach nur zum Lachen. Das ist, das ist meine Unterhaltung, wenn ich ein bisschen mal in der Mäselspause und Langeweile habe. Nein, ich meine Micky, 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 weil er einen Tipp gegeben hat. Ach so. Naja, aber wie gesagt, du gibst einen Tipp dafür immer wieder. unantastbar. Ich bin Iron Man. Ich weiß, unantastbar. Kommst du einfach nicht durch die Rüstung, fertig. Ich habe Stay vor sechs Jahren einen Tipp gegeben und jetzt, sechs Jahre später, macht er einfach ein Video zu mir, nachdem ich eine ekelhafte Aktion gemacht habe. Ich fühl mich benutzt. Diese Illoyalität einfach. Bro, er hat dich nach sechs Jahren kritisiert, weil du einfach Mist gebaut hast. Ja, aber du hast ihm natürlich den Tipp mit dem YouTube-Kanal gegeben, also eigentlich darf er nie wieder irgendwas zu dir sagen. Der zweite Streamer ist natürlich Monte. Dazu sagt er folgendes. Zum Beispiel bei Monte, was ich schade fand, Chat, kann ich euch auch sagen, bei Monte fand ich nur schade, dass er etwas leakt, dass er etwas leakt mit einer anderen Plattform, was sowieso nicht, das war auch so ein Ding. Viele Leute dachten, dass ich das mache, die Cash Cow melke und nachdem Sabaton vorbei ist, ich einen fetten Deal auf Join annehme. Das wird es sowieso nicht mehr geben. Und da fand ich das von Monte richtig unfair, dass er in seinem Stream sitzt und das einfach raushaut in die Öffentlichkeit. Also, leaken bedeutet, dass man Informationen veröffentlicht, die vorher nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen sind. Die Join-Sache hatte aber Skurus schon vorher auf Twitter gepostet. Es ist einfach Die Stream-Plattform für Join kommt wohl doch nicht mehr. Hier eine ungefähr Preisliste, die die Creator hätten kriegen können. Stimmt nicht 1 zu 1, aber sehr nahe. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Plattform hat sich immer wieder Angebote geändert und die Creator war natürlich auch skeptisch, habe nur die Mainstream-Streamer aufgelistet. Es gab noch andere, die sehr viel bekommen hätten können, aber unwichtig. Ich wollte ja nur wissen, wie Realitätsfans dieses Angebot von Join machen. Es ist overpriced insane, wenn Rentner eine Plattform leiten wollen. Okay, wie gesagt, also, die Information war von ihm. Es ist kein Leaken. Wo ist jetzt der Kritikpunkt? Gibt es keinen. Aber er sagt ja wenigstens selber alles ohne Gewähr, also nicht mal die Zahlen unbedingt stimmen mich. faktisch gesehen kein Leaken. Das Ganze hat dann auch ein Zuschauer reingeschrieben und die Ausrede von Miki TV ist mal wieder Gold wert. Und er hat doch gar nichts geleakt. Naja, also guck mal, mit einer anderen Reichweite erreichst du andere Leute. Und das fand ich einfach richtig scheiße. Und das fand ich einfach wirklich richtig scheiße. Und das habe ich ihm auch privat geschrieben. Ja, okay, also, dann ist es natürlich doch leaken. Ich verstehe es irgendwie nicht. Man merkt hier richtig deutlich, dass Miki TV sich einfach versucht in eine Opferrolle zu stecken. Denn alle anderen Streamer behandeln ihn ja so unfair. Beides sind keine Punkte, weswegen man die beiden kritisieren könnte. Er macht es aber trotzdem, denn er wird ja gerade so unfair behandelt. Dabei wollte er doch nur den letzten Cent aus seinen Zuschauern rauskriegen. Auch anderweitig bringt er wirklich sehr intelligente Aussagen. Aber ich habe immer noch eine Kinder-Community. Das habe ich auch sehr, sehr oft gelesen. Also, ich habe quasi immer noch gelesen, ich habe immer noch eine Kinder-Community. Seit quasi jemand, der 13 war, wo er mich angefangen hat zu gucken, ist jetzt 21 oder der 16 war, ist jetzt 24. Aber bei mir sind unfassbar viele junge Zuschauer. Das wurde so gesagt. Ja, klar. Also, man kann als Influencer natürlich im Laufe seiner Zeit keine neuen Zuschauer generieren. Und die alten Zuschauer bleiben ja auch ein Leben lang. Das sagt das Gesetz. Klar, man könnte jetzt sagen, dass man ja auch sehen kann, dass seine Follower steigen. Also, logischerweise neue Zuschauer dazubekommt. Aber das habe ich wenigstens habe ich wenigstens mal einen Bär ungefähr. Kinder-Community ist halt immer schwierig zu sagen. Ab wann ist es denn eine Kinder-Community und ab wann nicht? Das ist die Frage. Ich würde das einfach vom Alter her abhängig machen, wann eine Kinder-Community. Ich weiß nicht, ob es auf Twitch-Statistik auch gibt, wie alt die Zuschauer sind. Aber auf YouTube selber kannst du nachschauen, wie viele Menschen in diesem Altersbereich sind und wie viele in diesem Altersbereich sind. Wobei, nur weil sie vom Alter her jünger sind, heißt es nicht, dass sie vom Geistigen her reifer sind. Also, man weiß es ja selber, Männer altern zwar körperlich, aber geistig manchmal nicht so mit gleichzeitig zumindest. Viele, die erwachsen sind, sind halt weiterhin kindisch und das ist auch gut so, dass man auch ein bisschen sein inneres Kind behält und Spaß hat und nicht irgendwann einfach nur das ernstes Leben überdrüssig wird. Sieht man an mir, bin auch alt und trotzdem dumm. Das hat ja nichts mit dumm zu tun, du Nudel. Nein, aber tatsächlich, ganz ehrlich, kindisch zu sein, kann auch heißen, ja, du hast trotzdem eine Kinder-Community. Erstmal dazu. Das wollte ich sagen. Also, diesen Punkt, Kinder-Community ist absolut einfach schlecht. Du kannst es nicht beweisen und das Einzige, was du dann siehst, meint hier, oder viele Kommentare, je nachdem, die halt kindisch sind. Das sagt aber nichts über die Community selber aus. Viele sagen ja auch bei Kuchen.tv, ah, Kinder-Community haben ja auch schon wirklich viele gesagt. Ich habe auch schon öfters in den Cake-News, für die Cake-News zu fragen, ne, nicht für Cake-News, sondern diese Ponyhof-Fragen, habe ich auch öfters hingeschrieben, hey, sag doch mal, wie die Altersstatistiken sind zu deinen YouTube-Videos. Um einfach mal zu sehen, in welchem Altersbereich wirklich Tim seine Zuschauer sind, um einfach mal zu gewissermaßen zu wissen, hey, sind die meisten überhaupt volljährig oder sind es immer noch viele, viele jugendliche Kinder, so in der Art. Einfach nur just for fun. Aber auch dann würde es nicht unbedingt was aussagen. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist dann höher, dass man wirklich eher als Kinder-Community sagen kann, aber der Content ist ja nicht unbedingt per se auf Kinder ausgelegt. also, ich weiß nicht, was Miki gemacht hat, aber ich glaube auch so Gaming mit ein bisschen Meinung gemischt, ich bin mir gerade nicht sicher. Und das ist ja nicht explizit nur für Kinder, genauso wie Meinungsblogger auch nicht explizit für Kinder sind. Oder alternativ, auch nicht explizit für Kinder, Tools ebenfalls nicht. Also, wann ist es eine Kinder-Community, wann kann man das wirklich als Fakt dahin stellen, nur wenn das Alter stimmt im Grunde. Und das kann keiner halt beweisen, außer die Leute, die die Statistik dazu haben. Finde ich, solche Angriffspunkte sind sau schlecht. Das stimmt natürlich einfach nicht. Togo TV ist halt auch kein Kinderkanal, denn Leute, die das damals mit sechs geguckt haben, die sind jetzt 30. Was absolut ekelhaft ist, ist übrigens auch folgende Aussage. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, war der Satz von Commander Krieger, der in seinem Stream drauf reagiert hatte und gesagt hatte, dass er einen verurteilten Sexualstraftäter sympathischer findet als mich. Ähm, ja, das fand ich nicht so gut. Commander Krieger hatte hier gesagt, dass er ApoRed besser findet als MIGIT TV und ja, ist eine übertriebene Aussage gar keine Frage, aber ApoRed ist kein verurteilter Ruralstraftäter. Er hat eine Zivilklage gegen Carina und gegen Sylvie verloren, wo es wahrscheinlich aber nicht mal um die Sache per se ging, sondern darum, dass ApoRed sie beleidigt und fertig gemacht hat. Vor allem muss man sich mal überlegen, wie ekelhaft die Aussage von Miki ist, denn er nutzt dir ein richtig krasses Schlagwort und jeder von uns hat im Kopf viel schlimmere Dinge bei diesem Wort als das, was ApoRed in Wirklichkeit getan hat. Auch wenn das natürlich gar nicht fit geht, ich will das nicht verteidigen. Was kann ich also ab... Okay, das ist, äh... Ich fand den Vergleich von Commander Krieger aber auch schon so übertrieben. Hört sich auf jeden Fall sehr übertrieben an. Auch wenn es auch ApoRed ist, ist es auch noch übertrieben. Aber es ist natürlich, also wirklich diese Schlagwort jetzt gerade, das ist ja genauso wie Tim mit Erfolgsverhetzer, das kennen wir ja auch ganz gut. Das hat ein ganz anderes Bild, als wenn man die Tatsache kennt, was wirklich dahinter steht. Tatsächlich, aber hätte ich auch gesagt, die Aussage ist schon weird. Bei solchen Aussagen würde ich Ihnen empfehlen, doch mal ein bisschen zurückhaltend zu sein. Ich frage mich manchmal, ob das bewusst gesagt wird, damit man irgendwie eine Kontroverse auslöst, ob man vielleicht dadurch ein bisschen mehr Reichweite generiert. Manchmal frage ich wirklich, ob man beabsichtigt, falsche Sachen raussagt oder negative Sachen raussagt, damit man plötzlich im Gespräch ist. Also auch ein negativer Hype ist ein Hype, sage ich ja immer wieder. Deswegen, aber der Take ist schon... Den hätte ich auf jeden Fall auch kritisiert. Das auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, Sexualstraftäter, klar, das ist ein Hardcore-Wort. Das sagt schon was ganz anderes aus, aber auch der Originalsatz wahrscheinlich von Commandenkrieger hätte ich auch als verwerflich gefunden. Abschließend dazu sagen, MIGGETV ändert zwar die Tatsache, dass jetzt kein Sabaton mehr kommt, aber in diesen Statements hat er eindeutig bewiesen, dass er einfach nicht kritikfähig ist. Auf der einen Seite möchte er jetzt zwar immer noch ordentlich abcashen, auf der anderen Seite aber irgendwie auch der Kritik entgehen. Und das schafft er einfach überhaupt nicht, auch weil er auf die Kritik im Grunde gar nicht eingegangen ist. Er hat ja keinen einzigen Punkt von dem, was wir gesagt haben, angenommen. Der Grund, warum er das ändert, und das hat er ja selber gesagt, ist einfach nur, weil wir es nicht richtig verstanden haben. Klar, er hätte es uns natürlich auch richtig erklären können, allerdings war das irgendwie auch keine Möglichkeit für ihn. Im Statement auf YouTube hatte er anscheinend auch noch vor, diesen Sabaton zu machen, denn da war nie die Rede davon, dass er jetzt was anderes vorhat. Erst nachdem dieses Statement auch gehatet worden ist, hat er dann später im Stream gesagt, dass er das Ganze jetzt ändert. Es wirkt also so, als hätte er noch die Hoffnung gehabt, dass dieses Statement alle Wogen glättet und er trotzdem diesen Sabaton machen kann. Nachdem der Hate dann aber viel zu groß geworden ist, musste er halt zwangsweise irgendwas ändern. MikkeTV ist nicht kritikfähig. Er wollte damit so viel Geld wie möglich mitnehmen und ist damit einfach komplett auf die Schnauze geflogen. Ende. Mehr kann man dazu nicht sagen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Gutes Video. Oh, noch ein besseres Video. Auf jeden Fall Like. Ich wüsste auch gar nicht, was ich dazu ergänzen sollte. Ich finde, ja, es macht auf jeden Fall, die Aussagen machen es auf jeden Fall trotzdem viel mehr Sinn. Von Tim. MikkeTV steht jetzt auch nicht wirklich viel besser da. Ein paar Sachen konnte ich jetzt auf jeden Fall sagen, stimme ich nicht ganz so überein mit Tim, aber so im Groben und Ganzen stimmt es ja trotzdem, dass Micky hier auf jeden Fall einen sehr schlechten Move bringt. es könnte man besser machen, sollte man besser machen. Vielleicht kommt da nochmal was, aber ich glaube eher, dass daraus mehr Content gezogen wird, als dass es hilfreich wird. Wir dürfen gespannt sein. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Video bestimmt wieder am Start sein. Daher wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr es anschaut. Bleibt anständig, macht nicht zu viele Sabathons und bis zum nächsten Mal. Haut rein.